Hallöchen! Knack, Stuhl knack. Willkommen zurück bei Minecraft. Wir haben ein Häuschen weiter gebaut. Also ich zumindest. Obwohl du auch ein bisschen einen Beitrag geleistet hast. Lauf doch nicht weg. Lauf doch nicht weg. Ich habe gerade noch ein bisschen... Ja, Bretterhände. Ne, ein paar Holz. Ein bisschen Lock habe ich noch ein Eichen. Im Inventar drin, genau. Ein bisschen Lock hier. Eiche. Habe ich gerade abgenommen. Ist schwer, ne? Ja, Tatsache. Du hattest ja einen Vorschlag für den Boden. Ja, genau. Ich möchte hier noch ein bisschen ausbauen. Sieht schön aus. Ja, ich finde es auch recht gut hier. Das ist ja gut rausnehmen mit dem Boden. Manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Also... Ich weiß nicht, sowas wie ein Keller. Brauchen wir sowas überhaupt? Keller? Ja, auf jeden Fall. Brauchen ja Platz. Da können wir auch einen gesonderten Eingang bauen rein. Für den Keller, ne? Ja. Kannst du ja erstmal ein bisschen abholen. Ja, weiß ich nicht. Ich muss mal gucken. Was? Doch, genau. Für den Keller brauche ich draußen ein wunderschönes Holz. Ja, oder so. Ja, genau. Ist okay? Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ich muss mal kurz mal ein bisschen Werkzeug holen hier. Da ist das einmal... Das. Dann brauche ich mal draußen ein schönes Häuschen für den Keller. Und dann ist das optimal. Richtig geile Idee für den Keller. Sehr schön. So, hier eben schon mal die eine Möhr-Möhr-Möhr-Möhr-Möhr-Möhr-Möhr-Möhr-Möhr-Möhr-Möhr-Möhr-Möhr-Möhr-Möhr-Möhr-Möhr. Und den Kürbis wollte ich schon an, wo Kürbis haben wir doch auch. Ach nee, der hast du ja irgendwie verschwendet. Du hast ja immer einen Schneebahn gebaut, ne? So ein... Das war ich nicht gewesen. Das hat jemand anders gebaut, den Kürbis. Hallo, das warst du. Nein, das war der Atman gewesen. Da ist ja der Kürbis. Weizenkörner haben wir auch noch. Ja, echt was? Weiß ich gar nicht mehr. Egal. Ach so, ich wollte eigentlich ein Glas. Genau, Glas. So, die Hütte ja ein bisschen, ne? Wie gesagt, ein bisschen weitergeht. Aber ich jetzt mir die Tür gefällt mir auch noch nicht. Da müssen wir nochmal... Oh, guck gern. Ich hätte die Tür ein bisschen anders gebaut, aber das können wir gleich schön. Ja, rein, aber es geht ja nicht. Danke das. Nö. 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 Ja, ja, wenn schon, dann schon, oder? Da kannst du auch, glaube ich, irgendwie bunte Fenster machen. Bunte, bunte Fenster. Ja, da musst du einfach nur acht Glasscheiben haben und einen Farbsack. Also ein Farbbeutel oder so. Farbe. Da muss ich auf jeden Fall nochmal in der Farbe weggehen, in der wunderschönen. Ich werde immer nochmal fragen, ob PVP nun erlaubt ist oder nicht. Ansonsten muss ich dann den töten, wenn ich da jemanden sehe. Oder du wirst getötet. Das kann natürlich auch sehr möglich sein. Das ist wirklich aber die Sache eben vor, dass ich eben schneller bin als der andere eben. Und falls das irgendwas sein sollte, dann, ja, was soll ich sagen? Ich habe doch gefragt und kann keine Antwort bekommen, also. Kannst du nicht die Tür nehmen? Ich bin eigentlich... Was ist gerade nicht... Äh, hallo? Hallo? Da kommt es nicht mal durch. Da sind jetzt Scheiben drin. Und die gute Kohle für das... Kohle? Im Ofen irgendwo hier drin. Ah, da ist das sogar da, genau. Im Ofen, im Ofen. Jo, wir müssen dann noch die zweite Etage anfangen. Aber ich denke mal, heute nicht mehr. Ich glaube, ich gehe noch mit dem Farm gleich. Ich kann schon wieder Keks essen. Oh, Mann, man ist echt ein Hardcore-Server hier. Bisschen nur am Essen. Bisschen mehr am Essen als wir am Bauen. Naja, die war so, als wenn du zu viel Essen übrig hast, ne? Ich meine mal, es ist ja so, da hast du eine Überproduktion und... Ach so schön, ja, so wollte ich das auch. Naja, ist doch kein Problem. Sind doch geübt in Minecraft-Spielen, ne? Wir wissen ja, wie das geht, ne? Nö. Nö, 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 ich nicht. Nö, 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 okay. Ja, du bist ja auch schon ein paar älter, natürlich, ne? Ich möchte hier ein bisschen, so ein bisschen, ein bisschen was reinsetzen. Jo, dann siehst du aus, sagst du das. So sieht's gut aus, sieht's gut wie... Ja, es sieht gut aus. Das sieht voll gut aus. Ach nein. Was denn? Nix. Das ist üblich hier. Ach, das übliche Problem kenne ich ja schon gar nicht mehr hier. Was wollte ich jetzt mit BRG... Ach so, Zaun machen. Zaun, Butsch, genau. Dann bräuchte ich ja wieder Stäbel, äh, oder einen Stock. Ja, ja, aber ich hab noch eine richtige Idee, normalerweise, aber das werde ich nachher noch sagen. War das jetzt so oder so? Du brauchst, wenn du jetzt ein Zaun willst, in der Mitte Sticky, das Ding ist rechts, ähm, zwei Hochendefekt immer, äh, die Bretter sind schon last. Ja, ja, hab schon, hab schon hier, ja, alles gut, danke. Genau, so. Oder auch nicht. Schaut mal echt gut aus, ne? Aber wir brauchen noch einen Haufen, Haufen, Haufen Eichenholz natürlich, ne? Und... Gefällt mir schon mal so weit, wie ich das hier so sehe? Ja... Jetzt gar nicht mehr, ja... Erstmal, erst mal hinklatschen. Ist ja das guter Minecraft, man kann ja immer, wenn du sagst, oh ne, gefällt mir so, doch nicht so, äh, dann macht man das wieder ein bisschen anders. Hier kommen ja links und rechts noch die Klappen hin, hab ich gedacht, so Fensterlappen, äh, Fensterläden. Ähm, ja, könnte man machen, ja. Ja, könnte man machen, ja. Die waren noch mal unten eine Reihe, glaube ich, ne? Hm, nicht grad überlegen. Ne. Man könnte ja... So. Ich glaube, die... Ja, das könnte man auch machen. Fenster setzt einfach links rechts ran. Na ja, Textrapack kann man auch natürlich, ähm... So ist schön. So Fensterläden natürlich nehmen, ne? Weißt du, also... Ja, das sind ja die Standard hier, ne? So, also... Da fällt schon genau. Sieht auf jeden Fall gut aus. So, dann würde ich mal sagen, kriege ich kurz noch mal an der Farm weg, das ist okay, ja, ne? Zwölf Stück sind schon wieder weg. Willst du dich schon wieder vom Acker machen, mich alleine lassen? Nein, 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 nein. Ich wollte da nur gucken, wie der reagieren tut. Ich lasse dich doch nicht alleine hier. Ja. Ich will noch ein bisschen... Ähm... Ja. Zub, 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 zub. Sechs Stück. Zwei. Ah, mir fehlen noch zwei. Das ist drüben auch fertig. Okay, ich brauche nochmal vier. Hm, hm, hm. Ich brauche mal hinten ein bisschen mehr Bäume noch an zur Reserve, ne? Weil... Ich glaube, das reicht nicht. Nee, das reicht hinten und vorne nicht. Ah, hier ist es eben mit dem Holz abbauen eben. Tja, einfacher. Öh. Oder boden schön. Ja, das gefällt mir. Natürlich mal anderes auch, ne? Also, wie gesagt, wir können hier eine wunderschöne Arbeitsplatte hinbauen. So, sehr schön. Auf jeden Fall sehr viel möglich sage ich mal, bei Minecraft ist man so, ja, Open World, da kann man sehr viel dann für selbst noch verändern, so, Zuckerrohr wächst auch hervorragend. Ja, wir sind auf jeden Fall schon mal safe, wenn jetzt die Nacht kommt, man kann dann reingehen. Okay, von oben kann natürlich was kommen, aber ich denke mal eher weniger, du hast ja Bus den Rand, den Außen, den äußersten Rand obendrauf. Ja, es wird langsam. So, was machst du vor, wo bist du denn dahinten? Ah, hast du ja ordentlich Bäume gesetzt, ne, ordentlich Setzlinge. Ja, ich hab über 20 Stück auf einmal gehabt, ne, so ich kaum ein dicker, setz ich scheiße alles hin und. Wir müssen nur aufpassen, dass wir hier, ne, guck mal. Ja, 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 ja. Obwohl, den lassen wir drin stehen als Deko. Die wachsen auf jeden Fall, ja, also Eiche ist ein sehr guter Baum, der wächst immer. Hm, der wird immer groß, ja. Hm. Wirst du dafür rumspringen? Nee, lieber nicht, weil ich siehs auch schon wieder, ich muss auch schon wieder essen. So siehst du, als noch mal 14, 14, ah ja. Und nicht S und S und S und S, man merkt's. Leck. Ja, es ist leider immer noch so, dass das Server leckt. Ich hoffe, es ändert sich in der Zukunft, weil sonst ein bisschen ärgerlich. Ja, die hat die für wem natürlich, ne, also. Für uns, ja, weil, äh, als recht, wenn du im Kampf bist. Beim Bauen, okay, beim Bauen, wenn du am Bauen bist, ist das auch schon nervig. Oder am Farm, wenn, wenn der Block und Block und der Block und die verschwindet der Block. Und du klopfst da rauf und klopfst da rauf und der Block bleibt immer noch da. Ja. Oder wie eben, ich bin am Essen, bin am Essen, ich bin am Daueressen, dann der Max sofort. Leck. Oder die Kiste, machst die Kiste auf, die Decke bleibt auf, geht nicht mehr zu. Leck. Naja. So, Zuckerrohr ist auch schon. Oh. Da hatten wir es wieder. Ja. Sehr schön, sehr schön. Schöne kleine Plantage. Wir haben hier noch ein bisschen schick gemacht hier alles und, ja. Es hat sich auf jeden Fall viel getan, die letzten Tage hier. Eigentlich, wir haben jetzt ein paar Folgen schon gemacht, ne, abgedreht, aber wir haben angefangen, eigentlich gestern. Ja, gestern. Was war gestern, überhaupt Samstag, heute ist Sonntag, ne. Irgendwie, ja. Noch 10 Minuten ist mit Montag. Ja. Ja. Holz brauchen wir natürlich. Ganz viele Blumen. Ja, ich habe gedacht, ich fahre mal ein bisschen Blumen, weil ich da gerade so ein schönes Blumenbium war, dass wir uns dann hier, ja, alles muss schick machen können, ne. Ja, ich glaube auch erstmal irgendwo hin hier. Blumenbiete, wir können ja hier sehr viel machen, ne. Ein paar Blenke bauen vielleicht. Ah, auf jeden Fall. Du sollst eine sehr viel Dekoration machen. So, dann kriegen wir die Kiste auch ein bisschen leer. Sortieren, das haben wir ja noch nicht gemacht. Die Kiste muss eigentlich auch mal rein. Also was soll ich dir jetzt sagen? Ich kann ja noch nicht für die Kiste schon, für die Blumenart eine Kiste anlegen, oder? Ne, ne. Ich nehme erstmal hier ein bisschen was raus und dann packen wir das dann das mal rein. Und dann sortieren wir uns später. Oh, sehe, so, Seerosenblatt, das gefällt mir. Da hatte ich auch schon ein paar gesammelt. Mhm. Ich komme auch schön mit dekorieren. Wir wollen auch ein paar, da wo der kleine See ist, weil ich sehe der kleine Teich. Ein bisschen was rein. So, ich muss noch eine Kiste machen. Mach das. Vielleicht eine große. Achso. Du hast ja... Machen wir jetzt mal hier hin. Egal. Dass es von draußen erstmal wegkommt. Hätte ich auch abkloppen können, ne? Das einfache. Ja, hätte man aber. Und geht schneller, ne? Da sieht es man wieder. Man sieht es wieder, ne? Denken auch schöner. Was? Treibt der Askamon auch wieder. Denken auch. Kloppt doch die Kiste einfach ab, Mensch. Geht doch viel schneller. Hast du dazu gemacht? Ja, schön. Hier hätte ich... Achso, da ist jetzt was anderes. Egal. Koppel. Ich wollte sonst was anderes reinsetzen. Aber Koppel ist... Ja, das macht halt so. Macht ja nix. Das Problem ist eben von außen hast du eben anderen Baustellen zu sehen, ne? Das ist eben. Was wir machen können, den Raum abtrennen noch mal vielleicht hier in der Mitte. Einfach in der Mitte durch. Weißt du? Hier genau mittig durch. Ja, wir könnten, ähm... Weiß ich mal, ähm... Und dann haben wir so hinten extra Raum, da machen wir uns... Oder... Na, ich weiß noch nicht. Oder in der zweiten Etage wäre ein Schlafplatz. Ich denke mal in der zweiten Etage. Dann könnte man jetzt etwas machen. Jetzt sage ich mal, dass man hier reingeht, hier rumgehen kann nochmal eine Runde. Wenn man hier irgendwo einen Block stark... Also einen Block weite Treppe hätten, ja. Auf jeden Fall noch hin. Ach ja, nach oben. Ja, wir müssen doch irgendwie nach oben. Und Kellerbohr wäre ja auch nicht schlecht, ne? Aber das kann man ja mit einzelnen... Also miteinander verknüpfen, denn. Wenn das unter die Treppe dann eben dann auch runter geht, natürlich, ne? Ja, so viel war die Base soweit safe, kann man sagen. Na ja, bis auf Licht, ne? Ja, gut, aber... Das geht schon mal. So ein bisschen dunkel. Ja, das bleibt nicht aussehen, ne? Jo. Ach, du warst das. Ich dachte, da kommt schon ein Skelett. Was machst du denn da? Warum nimmst du meine Fackel weg? Hallo? So, was ist deine Fackel? Du siehst, der geht doch. Jo. Sehr schön. Sehr schön. Vollmond. Ähm. Ja, siehst du, siehst du schon mal richtig gut aus, ne? Ja, wir brauchen... Ja, wir brauchen... Wie heißen das Zeug da? Granit war das, ne? Wir brauchen noch den roten Granit, genau. Sortieren, sortieren, ja. Theorie können wir auch noch fahren für oben, oder so. Oben können wir schon Holzboden reinmachen, ne? Ja. Tonklumpen, hast du auch schon. Ja, kann man immer gebrauchen. Ja, da wollte ich ja sowieso vielleicht das Dach hier draus machen. Aus den roten Ziegel, ja klar. Ja, da müssen wir noch ein bisschen farmen. Ja, da kannst du einiges farmen, würde ich sagen. Ich mach mal da hinten mal eine Schaufel. Soll ich mir noch eine machen aus... Ja, komm, aus Eisen. Das war ein bisschen gefährlich, wenn man in der Farmwelt vielleicht abgemurkswert, aber... Eisen ist also... Jetzt frage ich mir, wo ist das Eisen hin, aber auch egal. Ich hab grad draus genommen, Moment. Brauchst du Eisen? Eisen auch ein bisschen. So, das ist irgendwie... Ja, wir müssen sortieren. Ähm. Aber ich hab da jetzt keine Lust. Nope. Weißt nicht, was da... Eigentlich relativ gut aufgeräumt, also wir wissen aber, was das ist. Ich möchte jemand jemanden verkaufen, ich hab noch keine Diamanten. Ähm. Ja. Ich war auch noch gar nicht unten in der Tiefe, ich muss auch mal runter in die Tiefe, du. Du warst ja schon ein paar Mal unten. Ich hab ja eigentlich ja noch eine Gutschrift von 27 Diablücke, aber... Lass mal irgendwas kloppen noch hier. Aber... Das ist ein Skelett. Hier haben wir Zombies hier. Achso. Ist das der Village Shadow da hinten? Hast du das gemeint? Ne, das Village Shadow, was ich gesagt habe, war in einer Farm wird. Guck mal hier hinten! Oder ist das ein neun neuen Nachbarn? Was für das Orgessen noch nicht da? Das Village Shadow da hinten. Ist eins, ne? Ach, noch um zu mir. Guck mal hin. Guck mal hin. Guck mal hin. Guck mal hin. Dann sind ja auch die Viecher da. Rechts Creeper auf Vorsicht. Links auch einer. Ach du heilige. Hier. Ich geh mal... Hier so lang. Ja, aber ich denk mal, die sind bestimmt schon alle tot. Ach wie denn? Ich hab grad durch Zufall gesehen. Ah, du hattest das auch noch nicht gesehen, ne? Ne, leider nichts zu machen. Ne, die sind drin, die sind drin. Ach, man kann nicht rein, ne? Ne, stimmt. Du kannst ja bloß nichts abbauen. Ne, du kannst nicht rein. Auch nicht in die Tür. Ist ja von der... Hauptwelt. Was gut ist, dann können wir vielleicht das eine oder andere gute Geschäfte machen. Ah, du... Na, du kannst ja mit den Leuten nicht interagieren. Ich bin jetzt schon wieder richtig runter hier und hab schon wieder... Ja. Villager. Villager. Schönes Villager-Dorf entdeckt. Sehr nice, sehr nice. Alter. Nein, 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 nein. Nicht mit mir, ey. Ich hau ab. Das war jetzt zu gefährlich. Ne Dunkelheit. Da müssen wir mal einen Tag hin. Und nicht im Dunkeln. Was hier für Zombies eigentlich hier gespawrt sind? Hier spawnen alles mögliche hier gerade. Ich muss hier weg. Ich wollte einen Haufen Creeper ohne Ende, das geht ja gar nicht. Wo geht's denn jetzt denn nach Hause, ey? Na hier. Und da. Hier ist gut. Oh, lauf doch. Geh mir was anderes zu essen. Was sagt er? Hardcore. Hardcore. Ich hab nur noch ein Herz. Ein Herz hab ich nur noch. Alter. Komm rein. Huuu. Komm rein. Ja, ich bin doch drin. Hallo? Da bist du ja. Alter, blinde Wurst. Komm rein, Mensch, längst drin. Ja, mach mal die Tür auf. Geh mal raus. Besuch da. Monster Party. Monster Party. We like the party. Oh, das Skelett von hinten, gleich bist du tot. Was sagt die Rüstung überhaupt? Naja, geht ja noch. Ich guck mal schön zu, was du da so machst. Spinne von hinten. 64 Lebenspunkte also noch. Also 64 Prozent. Mhm. Naja. Bei mir ist ja alles da. Gleich erzähl. Gleich erzähl. So. Ja. Wir kommen zum Ende. Ja, komm mal raus hier. Wir haben ein bisschen gespielt. Weiter gemacht. Guck mal hier um. Sieht außer schön aus, oder? Mit dem Vordach noch dran. Was? Ja. Ich geh wieder rein. Das Skelett kommt. Ich hab noch vier Herzen. Ich muss schon wieder essen. Ja, mein Essen ist unnormal. Geht schon. Zweimal gesprungen. Schon mal weiter essen. Ja, das ist eben. Siehst du ja. Nehmen wir im Villagerdorf entdeckt mal. Und ja. Ich denke, was ist das denn für ein Häuschen da hinten? Mhm. Mhm. Ein bisschen gekämpft. Fast gestorben. Knapp überlebt. Mit einem Herz. So. Dann kann man ja auch, ähm. Hast du aufgeräumt? Mal kurz, da kann man hier sogar ein Schild dran machen. Mann, muss man hier viel essen. So, dass ich ein Brot. Überall stecken hier Pfeile. Bei dir stecken auch Pfeile drin. Naja. Ich höre schon wieder ein Zombie. Zum Glück kommt jetzt die Sonne. Ja, ja. Komm her. Wo bist du denn? Ja, ja. Wo bist du denn? So, naja. Sieht gut aus, ne? Also noch ein paar. Ja, achso. Ich zeige nochmal, dass Zuckerrohr fällt. Hier spattelt noch ein Skelett im Wasser. Ja. Ja. Schuld. Hat er Dicke gebaut. Gut aus. Sehr schön. Mann, 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 Mann. So, aber jetzt, ne? Bis zum nächsten Mal. Bis wieder heiß hier Minecraft mit uns beiden Verrückten hier. Und ja. Hier auch schön am Essen, ne? Ja, ja, ja. Wo ich grad sagen, ne? Wir gehen vielleicht gleich nochmal zum Villagerdorf. Mal gucken. Ist ja jetzt Tag. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, Freunde.